...sachen hier auf der Bühne. Wir haben das vorher getestet, deswegen gehe ich einfach stark davon aus, dass das jetzt alles wirklich funktioniert. Es war nämlich eigentlich nicht abgesprochen, dass der Mensch einen eigenen Computer mitbringt. Aber schmeiß doch einfach mal an, dann höre ich ja auch darauf zu erzählen und so. Dann sind die Leute mich los und du kannst anfangen. Gut. Hallo. Mein Name ist Jan Nagler, ich komme aus Rot-Grün-Bremen, arbeite in Göttingen und ich sage Hallo Berlin. Hallo. Wenn man sich diesen tollen Titel hier anschaut, dann werde ich dir feststellen, dass der ziemlich angewandt ist und ich denke, das passt auch ganz gut für den heutigen Abend. Ich lese mal nicht vor, aber die Anfangsbuchstaben und ein Endbuchstabe, da kann man einfach nichts anderes außer so einen Slam dafür machen. Und ja, Antikorrelation werde ich ja auch nach dem Talk nicht verstehen, aber ich versuche es trotzdem einfach mal. Irgendwo müssen wir allerdings anfangen. Also fangen wir einfach mal mit was ganz Einfaches an, mit Primzahlen. Primzahlen kennt ihr ja alle, oder? Okay, was ist denn die vierte Primzahl? Fünf, da war eben eine Fünf. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Nein, die vierte Primzahl ist die neun und das ist auch gleichzeitig ein Messfehler. Weil einsteigen kann doch nicht falsch sein. Gut, aber vielleicht war der Herr doch kein Genie und er irrt sich in diesem Fall. Gucken wir nochmal, was überhaupt eine Primzahl ist. Also eine Primzahl ist irgendeine Zahl, die sich nicht als Produkt kleinerer ganzen Zahlen darstellen lässt. Zum Beispiel ist die vier keine Primzahl und die sechs nicht und die sieben und zwanzig auch nicht. Hier habe ich mal alle Primzahlen aufgeschrieben. Ja, zumindest einige, ja. So, und wenn man sich die Primzahlen anschaut, dann sieht man auch die steigen, aber sonst so richtig irgendwelche Muster erkennt man daran nicht. Deswegen habe ich einfach mal die Differenzen gebildet. Was für Differenzen? Einfach mal die nächsten Nachbarn mal voneinander abgezogen. Das ist hier zum Beispiel sechs in dem Fall. Und dann kann man auch noch, hier sieht man irgendwie auch nicht viel in diesen Differenzen, können wir ja auch mal kurz voneinander abziehen. Dann können wir uns einfach mal die Differenzen der Differenzen anschauen. Und jetzt sieht man natürlich schon eine ganze Menge. Ja, so zum Beispiel sind sie negativ, das ist schon nicht echt. Nee, natürlich sieht man hier auch nichts, aber was eben das Thema ist, da gibt es Strukturen. Und eine Struktur sind eben Korrelationen. Und da brauchen wir ein bisschen extrem in die Tiefe gehen. So, dass wir hier die 0, 2, 2. So, nochmal hier zum Mitschreiben, also die Differenzen der Primzahlen ist praktisch ein Strickmuster für die Primzahlen. Man muss nur zweimal addieren, dann kriegt man die Primzahlen wieder raus. Das heißt, wenn wir da irgendwas finden, dann gilt das auch für die Primzahlen. Nun sind die aber ziemlich kompliziert und bis jetzt hat noch keiner wirklich was gefunden. Also zum Thema Korrelation, was ihr alle noch nicht kennt. Aber das ist ja noch zu einfach, also gucken wir uns erstmal langreichweilige Antikorrelationen an. So, und zwar hat ein Kollege von mir aus Boston 2003 da was gefunden bei den Primzahlen. So, um das wirklich zu verstehen, fangen wir mal einfach an. Wir gucken uns erstmal an, was Korrelationen sind. Ähm, das war jetzt hier falsch. Und, ähm, das hat für, achso, das ist hier, das hat für große Aufrückung gesorgt, diese Publikation. Weil wenn immer man irgendwas findet in den Primzahlen, hat das auch Auswirkungen zum Beispiel auf Verschlüsselungstechnologie. Und dann schreit das CIA zum Beispiel. Ähm, was, was ist jetzt überhaupt Korrelation? So, nehmen wir mal an, das ist jetzt hier die Spree und es gibt einen Wasserstand, der ist hoch. Und danach ist der Wasserstand auch hoch, dann sind die beiden Stände positiv korreliert. Oder der Wasserstand ist negativ und danach ist der Wasserstand auch negativ, sind sie auch positiv korreliert. Was heißt jetzt danach? Ich wollte langreichweitig erklären. Erstmal kurzreichweitig wäre, danach eine Sekunde oder so sind sie eben positiv, positiv, negativ, negativ. Aber langreichweitig bedeutet auf allen Skalen, zum Beispiel auf der Skala von Tagen, auf der Skala von Wochen, von Monaten und von Jahren. Und manchmal gibt es auch so Zeitreihen, die sind über Millionen Jahre langreichweitig korreliert. Und ein Beispiel sind zum Beispiel Quasare, wenn man da reinschaut, die Fluktuation von dem Licht, das sie aussenden, ist langreichweitig korreliert. Positiv. Dann gibt es auch noch Leute, die halt Musik untersucht haben. Und dann nehmen wir mal der Stand, der Wasserstand, der Spree entspricht praktisch der Notenhöhe. In wirklich tollen Musikstünden findet man auch langreichweitige, positive Korrelationen. Und wenn man sich selbst Justin Bieber hier mal anhören würde und das analysieren würde, hat aber, glaube ich, keiner gemacht, würde man da auch welche finden, denke ich. Vielleicht auch nicht. Und wenn man auf die Börse guckt, da seht ihr so einen Chart aufs Augenzei-3, ja, also irgendwas hängt von der Zeit ab. Die langreichweitigen Korrelationen können manchmal ziemlich wehtun. Und eine Sache, die noch wichtig ist für diese Korrelationen, langreichweitig bedeutet, ihr habt praktisch so Dominosteine, so ein großes System und irgendwo wird was gestört. Ich kippe ein paar Dominosteine rum und das hat dann Auswirkungen auf das ganze System. So, und jetzt haben wir das alles verstanden, jetzt können wir uns den Antikorrelationen widmen. So, und wenn ich mich hier so umschauen, wo viel kommt, denke ich, ich habe keine hier im Problem, dass wir erstmal, um das besser zu verstehen, Raum leicht Zeit setzen. So, da sind sie. Ich finde das einen Applaus wert. So, Antikorrelationen sind so ähnlich wie positive, bloß eben doch nicht. Also, Anti heißt nicht groß folgt auf groß, großer Wasserstand auf großen Wasserstand, sondern großer folgt auf klein. Das habe ich hier so angedeutet, grüne Kugel folgt auf weiße Kugel. Dann wieder grün, dann wieder weiß. Also, so alternierend. Das ist Antikorrelation. Eigentlich ganz einfach. Groß folgt auf klein oder eben jetzt hier mit Farben dargestellt, irgendwie immer abwechselnd. Das Problem an der Sache ist bloß, das stimmt ja gar nicht, was ich sage, denn wir wollen hier über langreichweitige Korrelation reden. Das heißt, das gilt auf jeder Skala. Also, nicht nur von einer Kugel zur nächsten, von einer Kugel zum nächsten, sondern auf eins Garn. Eigentlich gibt es dafür kein Bild. Alles Garn heißt aber, wenn wir jetzt wieder Raum leicht Zeit setzen, also, dass wir der Zeit begutachten, das gilt halt für Sekunden, für Monate, für Jahre, sozusagen auf allen möglichen Zeitsgarn-Projekten-Raum. Ja, Antikorrelationen wurden in der Natur allerdings kaum entdeckt. Also, es gibt nur einen einzigen Fall, der mir bekannt ist und der ist dort. Da hat man langreichweitige Antikorrelationen gefunden und zwar in der Nase vom Löffelstör. Da hat da so einen Rezeptor, mit dem er so elektrische Furse aus der Umwelt wahrnimmt, um irgendwelche Viecher zu fressen. Ja, und da hat man die Hand gefunden. Und, äh, ich denke, dass ich Ihnen keinen Händen habe, dass das ist. Keiner Löffelstör, ja, ich kann es nicht ändern. Also, ähm, das ist Oliver aus meinem Institut. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Primzahlen, weil da hat man ja diese langreichweitigen Antikorrelationen gefunden. Und, ähm, wir wollten mal testen, ob das gilt. Die Leute in Boston haben das in Anführungsstrichen nur so für die ersten Millionen Primzahlen ausprobiert und ich wollte das mal ein bisschen hochtreiben. Konnte ich aber nicht, aber dieser Oliver hat das hingekriegt. Der hat mir eine 2TB Testplatte gegeben, die 64% voll ist und alles nur mit irgendwelchen Primzahlenzeit rein. Ich habe die dann mal hochgehoben, die war relativ schwer, aber ich habe die dann einfach auf den Rechner gelegt und irgendwie angeschlossen, analysiert. So, was habe ich denn da analysiert? Ich wollte jetzt irgendwie loslegen und gucken, ah, sind die langreichweitigen Korrelationen jetzt auch für ganz große Primzahlen da? Und dann habe ich festgestellt, scheiße, jetzt weiß ich aber auch, warum wir in Boston das nur bis 10 auf 6 genommen haben, also bis eine Million. Es gibt einfach kein Tool, mit dem man das machen kann, weil die Zeitreihen einfach zu lang sind. Jetzt könnte ich ja nicht aufhören, aber dann hatte ich eine Idee. Und zwar sind langreichweitige Korrelationen auch noch fraktal. Fraktal ist ganz einfach erklärt. Ihr guckt einfach hier auf das Große, auf das Gesamtbild und wenn ihr ein bisschen reinzoomt sozusagen, sieht das genauso aus. Praktisch diese Art. Und links und rechts gilt das auch. Und diese Fraktale haben eine Eigenschaft, wenn man die sampelt, also wenn man einfach mal, sagen wir mal, jeden zweiten Finger wegnimmt, dann werden diese Korrelationen oder diese Struktur, diese Selbstähnlichkeit sozusagen, das Fraktale, wirklich besonders gestört. Das heißt, man würde dann erwarten, aha, dann sehen diese Korrelationen eigentlich genauso aus. Also zum Beispiel, wenn man mal jede zweite Zahl wegnimmt. Zumindest für große Skalen. Aber, nee, es gab keine langreichweitigen Korrelationen. Sobald ich das gemacht habe, gingen die kompletten Korrelationen weg. Also im Prinzip ist praktisch dieser Kristall, diese Antikorrelationen komplett zersprungen. Oder man kann auch sagen, wenn diese grünen Kübelchen hier die Antikorrelationen sind, ist dieser Kristall praktisch irgendwie zerfallen und so ein blöder Hund konnte halt da drin spielen. Man kann sich das auch so irgendwie vorstellen, dass dieser Kristall der Antikorrelationen, das ist dieser Natriumchlorid, dieser Kopfsalzkristall, gesampelt wurde von Wassermolekülen. Die haben die dann aufgelöst und danach war die Korrelation weg. So, mehr Paradigmen habe ich jetzt aber nicht. Da gibt es noch einen, Dimitri, in meinem Institut, der hat gesagt, mach das doch mal so, wenn du es zämmelst und schon alles kaputt geht, nimm doch einfach mal eine Zeitreihe von einer Million und mach da doch mal einen kaputt. Einen raus. Habe ich einen rausgenommen. Und das wäre praktisch so, als ob ich ein Wassermolekül auf so ein Salzkristall schmeiße. Und rausgekommen ist dann, ups, die langreichweitigen Korrelationen waren auch weg zum großen Teil. Nicht so stark wie vorher, aber der lange Part der langreichweitigen war auch weg. Und das war, gelinde gesagt, ein bisschen überraschend. Ich saß dann da auf meinem Stuhl und bin da runtergefallen. Weg bedeutet eben, ja, dieser Kristall der Korrelation ist geplatzt, dieser Hund kann wieder da spielen, weil alles unkoordiniert ist. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Da haben wir uns zusammengesetzt, ein Modell gemacht, um das zu erklären. Und dieses Modell erklärt die sogenannte Superfragilität. Das heißt, wenn man nur so ein bisschen ändert, wird schon alles kaputt gemacht. Also super anfällig. Und liefert so einen Zusammenhang zwischen Zufälligkeit und langreichweitigen Antikorrelationen in der Natur. Zum Beispiel bei diesem Stör. Und wir haben ja ein bisschen über Primzahlen geredet. Und die Komplexität der Primzahlen repliziert eben diese Superfragilien-Antikorrelationen. Das heißt, wir haben auch ein bisschen was über Primzahlen gelernt. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. So, meine lieben Schüler, ich höre das schon, da wird heftig diskutiert. Ihr habt wieder zwei Minuten, solange die Musik läuft, um eine Note zu finden für Jan und Magler. Das heißt, ich höre das schon, da wird es schon, da wird es schon, da wird es schon, da wird es schon.